Ich sollte einmal landen, damit ich hin... ja. Welches Geist ist ein Pferd, in dem gloryst du deinen Geist zu sehen? Also, das ist ein Pferd. Das war's für heute. Na, das kostet mich jetzt halt auch egal. Sollte trotzdem meine Highscore bei Weitem schlagen. Okay, ich glaube, damit bin ich erstmal zufriedengestellt mit der 1,43. Beste Liste. Hey, Platz 26, gut.